Hallo alle zusammen, seit Jahren kämpfen Haustierbesitzer mit Katzen, die einfach nicht aufhören zu miauen, egal was sie tun. Nun, heute werde ich euch eine einfache Lösung zeigen, die bei Katzen aller Rassen und Altersgruppen funktionieren wird. Ihr werdet die Tricks verstehen, warum eure Katze miaut und genau, wie man es ein für alle Mal stoppen kann. Wie sie ihre Katze dazu bringen, das Miauen zu stoppen. Um ihre Katze zum Aufhören des Miauens zu bringen, belohnen sie sie, bevor sie anfängt zu miauen, indem sie einen Klicker und Leckerlis verwenden. Dies wird ihre Katze dazu ermutigen, still zu bleiben und es wahrscheinlicher machen, dass sie sich ruhig verhalten. Um ihre Katze das Miauen abzugewöhnen, beginnen sie die Trainingseinheiten damit, dass sie klicken und belohnen, wenn ihre Katze still ist. Wenn ihre Katze während der Sitzung zum Miauen beginnt, warten sie, bis sie aufhört, bevor sie wieder klicken und belohnen. Zum Anfang, klicken sie ihre Katze, wenn sie nicht miaut, selbst wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Erhöhen sie allmählich die Dauer vor dem Klicken und belohnen sie ihre Katze mit einem Leckerli. Um das Training zu erleichtern, konzentrieren sie sich auf das Lehren eines Verhaltens zu einer Zeit für ihre Katze. Falls ihre Katze anfängt zu miauen, während sie ein Verhalten trainieren, ist es besser, ihnen zuerst beizubringen, still zu sein. Auf diese Weise, wenn sie andere Verhaltensweisen lehren, wird ihre Katze während der gesamten Trainingseinheit nicht miauen. Warum miaut mein Kätzchen ununterbrochen? Kätzchen miauen, um ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Es könnte um Aufmerksamkeit heischen oder einen dringenderen Bedarf wie Hunger, Durst oder Schmerzen signalisieren. Wenn ihr Kätzchen weiter miaut, auch nachdem alle ihre Bedürfnisse erfüllt wurden, ist es ratsam, einen Termin bei einem Tierarzt zu vereinbaren, um sicherzustellen, dass sie keine zugrunde liegenden Gesundheitsprobleme haben, die das übermäßige Miauen verursachen. Warum miaut meine Katze nachts? Ihre domestizierte Katze hat viele Instinkte von ihren wilden Vorfahren geerbt, die typischerweise während der Morgenstunden und Abende jagen und tagsüber ruhen. Trotz der Tatsache, dass sie keine Nahrung finden müssen, könnte ihre Katze immer noch diese Gewohnheiten beibehalten und könnten nachts wach bleiben, miauend, um mit ihnen zu interagieren. Eine Lösung, um Störungen zu vermeiden, besteht darin, ihrer Katze vor dem Schlafengehen Rätselfutter Spielzeuge zu geben, damit sie jagen und sie in Ruhe lassen kann. Warum miaut meine Katze beim Spielen? Katzen zeigen ihren Beutetrieb, wenn sie mit Spielzeug spielen, selbst wenn sie im Allgemeinen ruhig sind. Schnatternde Geräusche deuten auf Begeisterung für die Beute hin, während normales Miauen mit einem Spielzeug im Maul ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Interaktion mit ihrem Menschen anzeigt. Vergessen Sie nicht, dieses Video mit anderen Haustierbesitzern zu teilen, die es hilfreich finden könnten, lieben Sie uns auf den sozialen Medien Pete World, abonnieren Sie unseren Newsletter und schalten Sie die Benachrichtigungen ein, damit Sie nicht verpassen, wenn wir neuen Inhalt posten. Ausrufezeichen. Und zu guter Letzt, lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was für Sie am besten funktioniert hat, um den Geräuschbegel mit Ihrer Katze zu handhaben, denn wir würden Sie gerne kennenlernen. Ausrufeichen.